Was geht ab Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ja, Bitcoin wieder bei 20.300 US-Dollar. Wir sehen eine leichte Erholung, was jetzt aber auch in Anführungszeichen nach dem Crash nicht wirklich verwunderlich ist. Also wir uns ein bisschen nach oben hin orientieren. Mal schauen, ob unser Signal noch abgeholt wird, was in der Telegram-Gruppe momentan aktiv ist. Ich gehe ganz ehrlich doch nochmal vor einem kleineren Dump aus, zumindest am Montag. Wir haben ja gestern schon einen Marktausblick darüber gesprochen. Link unten in der Videobeschreibung, wer den noch anschauen will. Beziehungsweise am Ende vom Video kommt der Link auch nochmal. Ja, was jetzt für den heutigen Tag wichtig ist, wie wir uns positionieren können, das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Video anschauen. Doch bevor wir starten, wie immer, lasst dem Video gerne einen Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat. Und gerne auch den Zweitkanal abonnieren, wo ihr auch immer die wichtigsten Highlights oder sonstiges kriegt. Und heute kriegt ihr einerseits noch zwei Videos, nämlich Tesla-Aktienanalyse und eine Apple-Aktienanalyse. Kommt ein Video auf den Hauptkanal und eins auf den Zweitkanal. Also darauf könnt ihr euch freuen und gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe reinjoinen. Gut, und damit würde ich sagen, direkt rein in die Chart-Analyse. Momentan, wie gesagt, 20.360 US-Dollar. Ihr seht hier, wir versuchen hier so eine Art doppelten Boden zu bilden. Ob das wirklich nachhaltig ist, ich bin immer noch so ein bisschen, oder ich halte es ein bisschen als fragwürdig. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass morgen erst recht durch eben die ganzen News, die jetzt am Freitag kamen oder jetzt über das Wochenende jetzt sich noch rauskristallisiert haben, dass wir doch nochmal ein größeres Dümpchen, also einen kleinen Dump nochmal kriegen. Auch wenn wir jetzt uns hier versuchen zu erholen. Aber wir haben ja gestern schon im Video darüber gesprochen, dass die Möglichkeit bestünde, dass wir erst einmal hoch hier Richtung 21.500 US-Dollar gehen, dort oben, wo unser S1-Pivot liegt, wo unsere Ineffizienz liegt und sich hier oben dann meines Erachtens nach sehr, sehr viel entscheiden wird. Weil wir könnten uns hier oben theoretisch das tiefere Hoch dann wiederum abholen. Wir können uns die Liquidität abfischen, der ganzen Shorter und dann nochmal einen deutlichen Satz nach unten hin machen. Wir ziehen uns mal ganz kurz das FIP-Level dazu von dem Abverkaufslevel. Das seht ihr auch, okay, Golden Pocket stimmt hier 1 zu 1 überein mit unserer Ineffizienz, mit eben diesen 21.500 US-Dollar. Unsere Long Order, die bei 19.370 US-Dollar liegt, die ich in die Telegram-Gruppe gepostet habe, ist weiterhin aktuell. Und daran halte ich auch erst einmal zumindest kurzfristig noch fest. Denn, wir müssen auch dazu sagen, ich habe es gestern auch schon hier in die Gruppe gepostet, FED bittet am Montag zu einem dringenden kurzfristigen Meeting. Was da wohl kommt, Money Printer goes brr. Möglich ist alles, ganz ehrlich. Ich halte es nicht wirklich für ausgeschlossen, dass da morgen irgendwas noch announced wird, aufgrund der Bankenkrise. Aber ich gehe ganz ehrlich eher davon aus, dass hier irgendwann früher oder später wieder Geld gedruckt wird. Ist zumindest meine Art oder was ich davon zumindest denke. Auf jeden Fall, wie gesagt, es ist noch nicht raus, ob wir hier nicht doch nochmal Richtung 19.300 bzw. 18.000 US-Dollar runterfallen. Aufgrund eben dieses übergeordneten Golden Pockets von eben dieser Gesamtbewegung, könnten wir locker nochmal Richtung 19.200 US-Dollar bis 18.900 US-Dollar runterfallen. Das ist ja eben auch das Signal, was ich gepostet habe. Stop-Loss deutlich, deutlich tiefer, eben aufgrund dieses größeren Golden Pockets und aufgrund eben dieses Wicks, was wir hier drüben noch haben, bei den 18.400 US-Dollar. Da ganz genau das Augenmerk drauf werfen. Ich kann mir echt vorstellen, dass wir vielleicht heute nochmal eben diesen Wick hier hochsehen bis 21.500. Hier oben würde ich dann gegebenenfalls nochmal einen Short eröffnen, um dann nochmal die Gegenbewegung nach unten hin mitzunehmen. Man muss dazu sagen, USDC mittlerweile wieder 1 zu 1 fast gekoppelt. Was aber auch interessanterweise ist, ihr wisst ja, ich bin ja ein bisschen Gold-Fanatiker geworden oder was auch Trade-Technisch und sowas. Wir haben hier momentan einen Chart bei 1867 US-Dollar. Pax Gold ist ja im Endeffekt das Futures Gold traded oder ist gestern schon bei Richtung 1900 US-Dollar getradet worden. Also auch hier könnte sich morgen unser Setup ausspielen, dass wir hier morgen nochmal so einen Knall nach oben hinkriegen und dann nochmal einen größeren Abverkauf vielleicht in die Region von 1800 US-Dollar. Das heißt, wir haben hier möglicherweise morgen oder vielleicht heute schon zwei Setups, die eventuell sehr, sehr interessant werden könnten. Einfach aufgrund hier eben 21.500, Golden Pocket, Ineffizienz, Void, was weiß ich. Wir haben da oben echt eine Menge Chancen, gegebenenfalls einen Short zu eröffnen oder dass wir heute doch schon mal eher diesen Abverkauf kriegen und gleich Richtung 19.300 US-Dollar runterfallen. Also das sind momentan die zwei Zonen, die ich ein bisschen im Blick habe. Es wird auf jeden Fall eine spannende Woche mit dem ganzen USDC, mit Circle, mit den ganzen Bankenkrisen und so. Wird es meines Erachtens nach eine sehr, sehr volatile Woche, aber auch eine Woche mit sehr, sehr vielen Chancen, die wir nutzen können. Ich bleibe erstmal dabei. Ich werde erst einmal nichts weiter einkaufen. Ich habe den, wie gesagt, gestern gesplittet in USDT oder vorgestern USDT und Euro. Und das bleibt jetzt erstmal auch so. Ich werde auch erstmal momentan keine Altcoins nachkaufen. Das habe ich gestern auch dazu geschrieben. Auch nochmal gerne in die Signalgruppe reinkommen, dass wir momentan oder ich habe ja über Monate immer wieder Altcoin-Update-Videos gemacht, wo wir Kaufzonen, wo wir gekauft haben, was jetzt ein bisschen interessanter ist. Und das sind momentan einfach die Coins, die in einer Kaufzone sind, in einer älteren. Wo wir aber alle oder die meisten, die damals schon die Videos immer geguckt haben, gekauft haben. Aber für alle, die das interessiert, das sind die Coins, die momentan sehr, sehr stark für Spot-Handel interessant sind. Dazu zählt teilweise Cardano, Polkadot, DYDX, wobei ich da immer ein bisschen vorsichtig wäre. Phil und Aarond für mich momentan die interessantesten Coins, um nochmal eventuell Spot nachzulegen. Also wenn ihr Bock darauf habt, schaut euch gerne die Altcoin-Videos nochmal an. Gibt auch eine extra Playlist dafür. Gut, das ist jetzt erstmal so ein bisschen der Plan für Bitcoin im Laufe des Tages. Jetzt blicken wir rüber zu Ethereum, hat sich ein bisschen stärker erholt von dem Dump. Aber auch hier, ganz ehrlich, gehe ich immer nochmal von einem tieferen Dip aus. Wir haben unsere Zone hier unten bei den 1.364 US-Dollar noch nicht erreicht. Leider muss man dazu sagen, das wäre nämlich auch so meine Long Area gewesen. Da haben wir auch hier schon in den Videos drüber gesprochen, mit einem Stop-Loss hier unter 1.300 US-Dollar. Auch hier ziehen wir uns mal ganz kurz das Fit-Level von unserem Abverkauf. Und da sehen wir auch, okay, wir kommen hier jetzt auch langsam in den interessanten Bereich vom Golden Pocket bei 1.500 US-Dollar. Und natürlich auch diese Ineffizienz, die hier oben auch noch liegt bei 1.520 US-Dollar. Die könnten wir uns im Laufe des Tages noch holen vom Volumen. Geht jetzt langsam hier raus eben aus dem Markt mit höheren Hochs. Spricht jetzt eher nicht für weiter steigende Kurse. Trotzdem, dieser letzte Wig hier oben ins Golden Pocket ist noch drin, bevor wir hier nochmal abverkauft werden könnten. Das ist so ein bisschen auch den Plan, den ich verfolge, auch hier einen Short-Trade aufzumachen. Das Problem, jetzt sind wir wieder so ein bisschen bei der Unterschiedlichkeit zwischen Bitcoin und Ethereum. Wir haben hier verschiedene Chart-Ansichten. Bitcoin könnte noch 1.200 US-Dollar steigen. Wenn wir jetzt nach Ethereum gehen, sind wir nur noch bei 40 bis 60 Dollar. Und das ist eine sehr, sehr hohe Unterschiedsrate, weshalb ich hier eher auf Bitcoin schaue als auf Ethereum. Deswegen warten wir hier erstmal ab, bevor wir hier in den Trade reingehen. Wir blicken erstmal auf Bitcoin. Wie sieht da charttechnisch aus, bevor wir Ethereum nochmal spontan in den Trade reingehen. Das ist erstmal so ein bisschen der Plan. Aber wie gesagt, wir haben hier noch nicht das Golden Pocket erreicht. Also auch hier gilt es noch ein bisschen vorsichtig zu sein mit gegebenenfalls Long Trades. Aber wie gesagt, wichtiger ist für mich persönlich, morgen erstmal am Montag den rumzukriegen. Und dann schauen wir erstmal, wie sich hier alles erarbeitet. Gut, dann würde ich sagen, war es das erstmal für Bitcoin und Ethereum. Gehen wir noch ganz kurz rüber zu den News, die ich noch nicht aktualisiert habe. Ihr kennt es ja, Freunde. Und zwar gibt es ein bisschen IOTA-News. IOTA ersetzt die umfassende Login-Web3-Lösung später mal Apple und Google. Also auch hier tut sich immer, immer mehr was. Freut mich auch, dass vor allem in dem Bärenmarkt IOTA endlich mal wieder ein bisschen was reißt. Auch wenn ich hier jetzt nicht mehr so groß investiert bin. Aber lest euch den Artikel gerne bei CryptoGuru durch. Müsste auch in der Telegram-Programm mittlerweile drin sein. Und ansonsten bleibt mir nichts anderes zu sagen, als dass ich euch einen schönen Sonntag wünsche. Genießt vielleicht den möglicherweise ruhigen Tag heute nochmal, bevor es dann morgen wieder deutlich, deutlich aktiver wird. Und ja, wie gesagt, Like da lassen, Abo da lassen. Später folgen noch zwei Aktienanalysen. Freue ich mich drauf. Premiere auf diesem Kanal, beziehungsweise auf dem Zweitkanal. Also gerne ein Abo auf dem Zweitkanal da lassen. Und ja, dann war es das von meiner Seite. Ich würde sagen, schönes Wochenende. Genießt den Sonntag. Und wir hören uns dann morgen Mittag sehr wahrscheinlich dann wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay quick.